Aua, meine Hand. Guts weh? Oh, in der Hand? Ich brauch mehr Magnesium. Ich hab gesagt, lass die Finger aus der Hose. Oh mein Gott, ne? Fängt das schon wieder so an? Hä? Was heißt denn das denn schon wieder? Ja, ja. Ich muss das gleiche mit, ja. Ich hab hier keines gemacht. Bin ich doch gar nicht. Ja, du hast doch den Krampf in der Hand. Der kann doch ich nix dafür. Ja, du hast vorher von Schwänzen geredet, du? Ist das dein Ernst, Lisa? Ja, also jetzt mal Butter bei der Fische. Oh, wow. Ja? Ja, nix, oh, wow. Oma? Okay, ich hab Oma schon gefunden. Oma der Dari ärgert mal. Wie, du hast dich schon gefunden? Ich hab hier 2,1 Grad hier hinten. Äh. 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 Und Joe? Ja, ich hatte hier nen Ort gesehen. Ich seh ihn nicht mehr, hä? War das überhaupt nen Ort? Oder ist er jetzt im Bad? Jo. Jo. Okay, er ist im Bad. Ja. Der kleine Hansel ist im Bad. Ja, da haben wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit, können wir ja noch. Oh, hier ist der Knochen direkt, okay. Der Knochen ist vorne in dem Schlafzimmer. Okay, wir haben die Karten. So. Okay. Oh. Hier, Babyzimmer ist Todeszone. Äh. Oh, schnell die Tür zu machen. Wie, wie, Babyzimmer ist Todeszone. Ganz vergessen, kannst du dich da nicht verstecken. Oh, er hat einen Generator ausgemacht. Oh. Wo war denn der? Unten? Oder oben? Ne, der ist oben im Garage. Ich glaube, wenn du reinkommst. Okay, ist wieder an. Are you here? Oh mein Gott. Hä? Are you here? Ich hab gerade gefragt, weil here ist... Das habe ich auch gehört. Wie alt bist du? Bist du da? Are you here? Richtig gut, der ist richtig geil. Diese Spiele, ne? Warum macht man auch sowas? Welch schön. Are you here? Ja, wir haben halt davor 4Warned gespielt. Und äh... Okay. Wir haben Fingerabdrücke. Geil. Haben wir Platz, der Babacu. Mälder. 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 Hä? Hä? Was ist die Schwerinigen? Mega mit M... Oh Gott. Achso, Mega Man. Jaja. Hm. Schreibe ein Buch. Lass mich nicht irgendwie... Tür offen. Siehst du doch nicht. Bist du hier? Wie alt bist du? Willst du mich töten? Okay, also Op und Fingerabdrücke. Könnte aber auch noch Mimic sein. Mh... Oh... Okay, buche ich schon mal raus. Super zu wissen. Ja, die Bücher haben wir für umsonst reingelegt, ne? Ja, warum? Weil wir doch schon zwei Dinge haben. Ich hab nur... Boah. Boah. Was? Und Fingerabdrücke. Hab ich doch. Sag mal. Sag mal. Hörst du mir nicht zu? Ne, du hörst mir nicht zu. Das ist dein Problem. Wasch mal deine Ohren. Leg mal eins hier vorne hin. Hä? Und EMF 5. Das war ja einfach. Ich drück nur mal die ganze Zeit die Leertaste, wenn ich mit dir rede! Oh mein Gott! Tja. Oh, ich will dauernd L drücken, wenn ich was einschreiben will. Ja, ich auch! Wenn ich das Buch aufmachen will. Verdammt. Dreck ne Grise. Ehrlich, eh. Ehrlich! So, was... Was müssen wir denn noch machen jetzt? Ach, die Fotos, ne? Ja, die Fotos zum einen. Und Zifix. Und Zifix. Die Zifix hab ich schon reingelegt. Okay. Und Event-Dings. Können wir mal gucken, ob wir ein Event bekommen. Hier, ich nehm... Ich nehm... Ding mit... Häuserstäbchen. Bist du noch hier? Ja, ich bin... Ich steh doch vor dir. Ja, du doch nicht, der... Der Hammelpeter. Ja, sag's doch gleich. Wer ist denn der Hammelpeter? Ich seh nix, wenn du nur von mir stehst. Ist das ein Freund? Du musst mich ja nicht mal knutschen. Nee. Ich war kein Hammelpeter. Nee. Jetzt doch ab hier. Ja, mach doch nix. Ja, ist hier drüben. Ja, warum regst du dich so auf? Ja, weil ich komm unbedingt. Du sitzt. Da hat er einen Raum gewechselt. Der Hammelpeter. Viel Spaß, Isa. Nein, lass mich nicht alleine mit dem Perversen. Mit dem Hammelpeter kannst du rambeln später. Was? Sag mal, die Tür. Hä? Was tut was? Was? Gib uns ein Zeichen. Oh. Erwischt. Du brauchst dich gar nicht im Schrank verstecken. Komm raus da. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Komm schon. Isa, komm mal her. Ich hab ein Spielzeug für dich gefunden. Hm? Komm mal her. Ich bin doch hier. Guck mal an die Tür. An die Tür gucken. An die Tür. Zur Tür gucken. Zur Tür gucken. Zur Tür gucken. Ja. Siehst du das nicht? Ja. Siehst du das nicht? Für deine Handtraining. Wollte Krämpfe wächst. Handtraining? Ja. Ok. Du bist ja Single. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wo? Ja, was geht ab? Deine Mutter. Ich kann ja spielen. Mit den Kerzen. Äh, mit den Karten. Ähm. Aber dann geben wir doch kein Event. Ja doch. Dann kannst du ein Event triggern. Ah, ok. Ich hol mal. Warte mal. Ja, hol mal. Du hast ja eh ein Feuer. Ach. Ein Stäbchen da in der Hand. Ich hab ein Feuer, ja. Warte mal. Ich mach mal gucken. Aber es ist gefährlich bei dir, ne? Mit dem Feuer. Ach nee, warte mal. Du weißt doch, Hicks ein Brenngut, ne? Hab ich gehört. Hab ich die jetzt. Wo sind die Karten? Ja, du hast sie doch gehabt eben. Ach. Du hast sie doch in der Hand. Ja, er hat sie fallen lassen, weil ich gewechselt habe. Er hat sie fallen lassen. Ne, ich. Ja, ja, ich verstehe schon. Er hat sie fallen lassen. Ja, ja. Hast wieder Krämpfe in der Hände, ne? Ja, komm her. Ja. Nächst gefährlich im Feuerzeug in deiner Nähe. Ja. Ich will dich ja in der Fahrt gehen. Ja. Ich will dich ja in der Fahrt gehen. Ja. Wo sind die Karten? Da ist er. Alter, wie weit schmeißt die die Karten denn bitte weg? Also müsste ja Event gezählt haben. Ja. 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 Was? Ich muss ja erstmal wissen, wo ich hin soll. Du hast doch gar nichts gesagt. Was machst du? Ja. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll, wenn er kommt. Wir haben doch gar nichts ausgemacht und du ziehst laufen die Karten. Ja, die fliegen aber auch, weiß ich nicht, wohin, ey. Gehört mir ja zu, ne? Wie meinst du das denn? Ja, wo gehen wir hin, wenn er kommt? Na hier, doch. Stehst du doch schon ganz gut, oder nicht? Ja. Der soll mich jagen, im Schrank, oder was? Na. So, ich fange alles hin. Ich will nicht spielen mit ihm im Schrank. Hä? Bist du hast dazu ne Tür gelatscht? Was? Nein! Bei mir war die zu. Ich weiß nicht, war hier unten? Hm, nee. Hier unten ist kein Versteck. Hier offen? Ja, hier, die Schränke sind doch offen, Darry. Ja, dann hol dir mal. Hol dir mal, das hab ich wie ne Lehtaste gedrückt. Oh, ich krieg die Krise. Hol dir mal ein Räucherstäbchen. Wir brauchen ja kein Foto mehr jetzt, oder? Hm, nee, ich glaub Geistfoto haben wir. Ja, dann Abmarsch. Geistifoto haben wir. Ja. 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 Und diese Uhr, oder? Die, die erinnern sich immer an meine Kindheit. Da hast du immer noch solche Uhren, wo klack-klack machen. Ich hab keine mehr. Ich hab ja, aber in leise. Okay. Okay. Gib uns ein Zeichen. Na, wir haben schon 50 Prozent, also durfte bald losgehen. Eventuell. Okay. Solange du kein Krampf in die Hände kriegst, dann wenn er kommt. Hm. Ey, das war ungünstig. Ganz ungünstig, ne? Ein bisschen aufpassen mit dem Feuerzeug, ne? Haha. Mal wundern ja nicht, dass du dich abfackelst. Ja, oder die Bude. Ich hab gehört, Hexen brennen gut. Wat? Wie bitte? Was? Das ist ja wohl... Nö, jetzt geh ich, ne? Das seh ich ja gar nicht rein. Warum? Was hab ich denn gemacht? Widerlich. Absolut widerlich. Ich hab gar nichts gemacht. Hey, Günther. Komm her, Günther. Günther. Weißt du, worauf Günther der heißt? Edward. Edward mit den Scherenhänden. Peter. Hä? Nee, nicht Peter. Hey, geh weg mit deinem... Alter. Das merkst du jetzt halt erst. Ich renne den ganzen Tag schon mit dem Feuerzeug hinterher. Nichts was ich weiß. Edward. 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 Oder Edward. 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 Wie heißt der? Edward. Edward. Edward Elliot. I, I. Oh, er blinkt. Ja, wo blinkt? Da hinten hat's Kuppelung und da so. Edward. Edward. Oh, gut. Oh mein Gott, das ist nicht sein Ernst, ne? Ey, der hier. Das ist scheiß Spiel. Es ist unfassbar. Ich hab F gedrückt, ich weiß nicht warum. Ja, warum drückst du auch? Nimm deine Hände von der Tastatur. Weitere Mal, was ist denn auf F gedeckt beim anderen Spiel? Warum hab ich das jetzt gedrückt? Gar nichts ist auf F bei dem anderen. Wirklich nicht? Ne. Du hast ja nur L und Leertaste. Ha. E ist zum Aufsammeln noch. Aber nicht F. Komisch. Warum hab ich F gedrückt? Das ist... Das ist... Ne. Vielleicht sollst du erstmal die Taschenlampe in die Hand nehmen. Und wenn er dann kommt, dann kannst du ja immer noch schnell. Weil dann räucherst du wenigstens nicht. Glaub ich, oder? Ja. Ich schaff das. Ich test das jetzt nicht aus. Ich vertraue mir. Ich schaff vertraue mir und gleich so... Oh nein, warum hab ich das wieder getan? Ja, kann ich machen, ja. Sag mal, warst du beim Arzt? Äh. Wieso sehe ich anders aus? Ja. Hä? Sie ist anders aus. Deine Hose sieht auch anders aus. Sie ist zugenommen. Du hast da auch zugenommen. Das ist ein... Hahaha. 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 Ja, er findet das auch. Guck. Hahaha. Er gibt mir recht. Ich... Das ist ein... 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 Wie weit bist du eigentlich mit einem... Mit einem Euro Truck Simulator? Wtf? Wie ein Fenster der Brandung blieb er stehen. Hahaha. Er hat das Licht kaputt gemacht. Und sie, wo erster räuchern müsste, rennt weg, ne? Hahaha. Hahaha. Verstehe ich schon, Isa. Verstehe ich schon. Ja. Ja. Ja, was ist mit dem Euro Truck Simulator? Hast du das fertig? Wie fertig? Ja, ich weiß ja nicht. Die Firma aufgebaut und so. Ich hab, äh, vier Angestellte, ja. Boah. Du cheatest doch, oder? Ne. Na, Guri hat viel mehr. Die hat zwölf oder so. Ich hab bestimmt auf easy gemacht. Auf easy. Auf easy. Ja, du hast das ja lange nicht mehr gespielt, ne? Ne, ich hab ewig... Ja, ich hab nix mehr gespielt. Außer im Stream ab und zu mal, ja. Sonst hab ich nicht mehr gespielt. Ja. Hm. Alleine ist auch langweilig. Ja, das stimmt. Soll ich nochmal Karten ziehen? Ne. Warum? Ja, um ihn böses zu machen, dass er jagt. Ja, aber wenn du dann die Todeskarte ziehst, bist du ins den Tod. Dann hast du gar nix davon. Das, äh, ist richtig, ja. Doch. Gibt keinen Sinn. Ja, dann ziehst du so lange, bis du mich wieder belebst. Ja, klar. So viele Karten gibt's gar nicht mehr, so wie du gezogen hast. Ich hab nur drei Karten gezogen bisher. Ja, ich hab's gehört. Oder zwei, glaub ich. Zwei oder drei. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann zieh doch, wenn du unbedingt sterben willst. Ich ziehe. Ja, genau. Und jetzt von dann. Oh ne, der Rehe. Scheiße. Warum? Der eine hast du noch einen versucht. Hab ich dich erschreckt? Ja. Ich wollt's weglegen. Und hab anstatt G hab ich F gedrückt. Ach, tut es gut. Sehst du? Ja, jetzt weiß ich, warum ich so einen gedrückt hab. Ja. Hm? Wollte ich doch G drücken. Wollte ich doch G drücken. Du wolltest es weglegen, ja? Ja. Ich wollte Freunde, genau. Ich wusste bloß nicht mehr, was ich vorhatte vor lauter, lauter. So, geh. Mein Gott, ey. Geh, aber geh mit Gott. Der Hermit. Keine Ahnung, was das ist. Der Hermit. Der Frosch. Oh, ich hab wieder 100%. Toll. Ich hab 0%. Glaube ich. Was machst du denn? Du machst alles kaputt. Und jetzt ziehst du keine Karte mehr, hast du Angst, oder wann? Toll. Der Tower. Event. Jawohl, ich seh nix. Der Tower event. Ja, ich seh nix. Der Hermit. Keine Ahnung, was Hermit. Der Hermit. Du bist ja auch so'n Hermit. Oh. Ganz locker, Derri. Ja, wenn du die Todeskarte ziehst, will ich schnell dabei sein. Bist du tot? Letzte Karte war's. Ja, Opa, wie wärs, wenn du uns mal richtig jagst? Hallo? Knutschen ist nicht so seine Welt. Na, vielleicht steht er ja nicht auf Männer. Du bist ja zu ihnen hin. Hm. Okay. Okay, du als erstes. Ja, bleib doch locker. Lass aber das Ding offen. Ja, ich lass mein Ding offen. Ah, Dari. Mach zu. Ich hab Geräusche. Oh oh. Oh nein. Wir brauchen den Fotoapparat nicht mehr, doch wir brauchen ihn noch. Okay, tschüss. Scheiße, warum ist der Dari denn nun gestorben jetzt, Mensch? Zum Glück hatten wir ja schon alles. Der Derry. Oh, aber Rollchen hat gezählt, Derry. Hast du sehr gut gemacht. Einwandfrei. Also, hab ich eingetragen? Ein Obake. Kann man irgendwo fahren? Wir ziehen uns vorher auf den Pimm. Ach, der Derry ist tot, der Derry ist tot, der Derry ist tot. Ich hab ihn nicht umgebracht. No. No? Ja. Ich hab dich nicht umgebracht, Derry. Warum warst du jetzt tot? Weil du die Schranktür nicht zugemacht hast. Ich hab zugemacht. Ja, alles gut. Kennst du doch, manchmal fülle der einfach rein. Der hatte Bock auf dich, nachdem du ihm diese Kussattacke gegeben hast, ne? Ja, der war hackig. Ja, der war hackig. Bei mir war die Schranktür nicht immer offen, wo ich gestorben bin. Doch, die war offen. Also, bei mir zumindest. Nee. In meinem Blick. Abwenden vielleicht so ein Spalt oder so, keine Ahnung. Kann sein, ja. Okay. Ja, der macht auch das nächste Mal richtig zu. Ja, hab ich doch. Ja, hast du gar nicht. Doch, hab ich sehr wohl. Hast du gar nicht? Doch, hab ich. Tschüss, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ja, warum? Na SUPER Spentes. Ja, dass manchmal welche. Das warappa.